Dann geht's jetzt los. Oh, diese scheiß Frame-Einbrüche hier, Mann, ey. War sie wie ein Parenzino schon? Ja, ja, stimmt. Ja, natürlich. Wir stürmen jetzt die Stadt hier, ey. Zum Panzer! Nee, die Stadt ist doch... Wir bauen jetzt den Panzer da ab und den machen wir dann wieder tüchtig, würde ich sagen. Wir müssen ja rechts von der Baustelle, wir sind nicht in der Stadt, ne? Nee, natürlich nicht, wir müssen nach links nach rechts ein Stück. Ja. Ich öffne die Pforte. Okay, durch, durch, durch. Cover me. Wir machen jetzt den Panzer hier wieder. Klar, start, klar, und dann geht's los. Wie geht's GTS-Style, oder was? Mhm. Oh, ein Supermarkt. Oh, ein Krankenhaus. Ein auch ein Zombie. Jetzt wollen wir jetzt eigentlich alle, wie so Vollidioten da durch die Häuser durch. Ah. Und das Zombie disst euch grad. Ich schau's mir grad an. Das Lied ist doch scheiße, ey. Wenn der Zombie keiner übernehmen, dann mach ich. Nee. Der ist jetzt unser nächster neuer Mann. Das ist unser Lockfugel. Ich war zu zippt. Oh, ich war dort drauf. So. Ach, schuld, zu zippt. Wir haben den Lando verloren. Hast du Bandage? Alle, los, Bandage, ihn, zu 5! Moin! Bandage, ihn, zu 5! Bandage, ihn, zu 5! Nehmt die jetzt schon auf? Nee, hab's schon, hab's schon, hab's schon. Oh, wir Bandagen, Bandagen, Bandagen. Bandage, 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 Bandage. Wie ist dein Puls? Ich glaub, dir geht's nicht gut. Wir nehmen immer auf. Gib dir mal irgendwie Sachen. Ich hab jetzt echt eine Aufnahme gestartet. Also ich hab ein perfektes Versteck. Du hast einen strong Puls... Ja, das war strong, meine Freund. Ein perfektes Versteck, jetzt bin ich gespannt. Wo bin ich? Bin wohl wohl darin hoch zu scheisse aus wieder. Ich kann keine Waffe ziehen. rounded database. Nee. Hab ihm ehgelt alles. Dude. Lassen 18 Stunden? Alter ey. Du bist auch voll abgehackt! Ich fühl mich nicht. Avechte Verbindungen gerade, oder? Ja... 1 und 1, oder was? Hehehe Hab ihr mit die Medien? Du Toss, jetzt bist du wieder dran 1&1 Was macht JangoCut? So schlecht sind die Geräte, besser als andere Saftler an Kabel, hab ich Bin jetzt bei mir im Supermarkt Mehr oder weniger Du bist bei mir hier im Supermarkt Ich schau grad die Stadt, du Weiter, oder? Ja, ich kann ja nix machen, ey, ich kann nicht meine Waffe ziehen 9 Frames, 8 Frames Aber Fernglas funktioniert noch, oder was? Alter, ey Äh, die ganzen Bugs hier, ne? A never ending story Wenn meine Schnelltasten funktionieren, glaub ich nicht, oder doch, 10 Stunden später Ja Wollen wir aufs Dach gehen, von den Häusern? Steigt der Opfer aus, doch Ja Soll ich mal kurz neu einladen? Der darfst nicht schauen Also Schlockmaschinen, mach's mal aus Darfst nicht Hm Funktioniert das nochmal, was davor hält? Frage, wenn das an deinem Internet liegt, ob das dann was bringt Zombie! Ja, das liegt nicht an deinem Internet Noch n Zombie Ja, ich mach den Zombie platt, oder den Dominic, weil er vorne steht Okay Ich bin zwei Zombie Mach den platt den Zombie, pass auf Äh, sag ich mach den platt? Mach den platt Achtung, ich schieße Ah, platt ist er Habt ihr mal die Spielliste gesehen? Ja, die ist voll Äh, voll 30 Sekunden Wie viel sind das, 300 Meter bis dahinten zum Orangenhaus? Ja, ungefähr, auf jeden Fall Jetzt ist er weg Ja Schießt ihn da so schlecht Ich hab auf jeden Fall den hier links gerade weggeholt Der liegt Geht eigentlich auf der Entfernung hier 100 Meter geht noch Ich hab ihn getroffen Ne Mach das dann aber nicht So Ich hab das mal getestet, aber irgendwie war das fast gleich Gehts jetzt wieder? Äh, warte ich versuche mal Ja, jetzt gehts wieder, ja Ich hab grad am Server Ich hab grad am Server Geh Gut, dann Hier die Straße dann, Ronna da, oder wie machen wir das jetzt? Ja, komm Na, einfach rein da, ja Über 6 überrollen wir jetzt Hm 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 Ich würde am liebsten wieder da an den Strand hingehen, wo wir letztes Mal waren Das war zu geil eigentlich Das war zu geil eigentlich Dazu den, ähm Wir müssen wieder da zu den, ähm, Wassertanks Am besten Containern? Ja, da hatten wir echt ne gute Aussicht gehabt Wenn dann wieder zwei aufm Haus liegen Ja, aber da wird man auch gut gesehen, ne? Hm Oh, das letzte Mal haben wir's überlebt Ja, echt, ne? Aber trotzdem ne gute Position eigentlich, ne? Also du hast schon wahrscheinlich deinen guten Überblick Du bist nicht mitten in der Stadt drin Ja, ich würde mal so Stuck, alle gingen die Mauer gegen Mhm Wir filtrieren wir diese Stadt Irgendwann haben sie keine Chance Auf jeden Fall, ey Ja, wir müssen uns irgendwo festzündigen Boah, da müssen wir jetzt noch ein Dragonball-Lied reinbauen Am besten, ich hab's mal nur in die Augen gehört Ja, wir müssen jetzt hier irgendwo warten und auch Also auf Spieler warten, wir dürfen jetzt nicht die ganze drum rennen Ist Dragonball eigentlich GEMA geschützt? Einer Meinung, ich glaub nicht GEMA hat alle nicht Also theoretisch 20 Sekunden eins einspielen Danach gibt's dann bald Ärger Kannst du das so machen, dass du irgendwie 10% oder 20% langsamer das abspielen lässt Da kommt ein Zombie Boah Kennt die GEMA das meistens nicht, soweit ich weiß Mhm Also wo wollen wir ganz fest sitzen, bis Spieler kommen? Wird ich echt hier Weil wenn wir jetzt die ganze Zeit rumrennen, dann ist das scheiße Wird er wieder ein Stück rechts gehen Lassen wir lieber weiter in die Stadt Weil die ganze Zeit jetzt hier rum warten, hab ich eigentlich auch keine Lust, oder? Ja, hier nicht, in der Stadt Action Satisfaction Hint euch ist ein Zombie Ja Mhm Ich brauch die Action Da kommt noch ein Zombie Und ne Action geht's nicht Vorne steht noch eins Ja Holt einfach alle Zombies, wo ganz ne Beranzino rumlaufen und dann Einer läuft dann hinterher Dann schicken wir sie zum endenden Spieler Komm her du Mistviech, lauf mit Jetzt lauf doch, ja, hallo Hallo Weiter geht's Du 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 Schlampe folgten wir sogar Ich hab nichts für nichts bezahlt Geh weg Ja wenn ihr hier rumrennt, treff ich euch noch Für nichts bezahlt hier Öl in der rote Schultasche Keiner Darf zu behalten Ob ich aber nicht Wie die ist hoch aus, leckt bei mir Ein Major ist noch immer so einer, der tritt auch noch drauf, wenn der schon am Boden liegt Und auch keinen Schaden machen kann Ja, lieber auf ne Masse hergehen, ne Safety first, man, kennst das ja Safety first? Mhm Boah, das Lied war auch so'n Scheiß Ein Lied Mhm, gab's noch ein Lied dazu Ich hätt hier grad von Playboy, Mann, weißt du doch Achso Der Green kennt sich da aus Ah, der Green kennt sich da aus Und wieder ein Zombie, ja Ne Green, hier die Zombies, der findest du auch ganz nett oder nicht? Na sie sind ganz toll Vor allem die da vorne Die da vorne, wo den anderen Typ jetzt gleich küsst Ja, genau Knutschen uns, ja Bisschen nekrophil, ne Pläne Ich schnau mal wieder auf die Mist Guck mal, ich stehe doch noch mal für dich auf Das ist fast wie ein Kino hier Ja Wie lange er nicht mit Arx auf uns losgeht Lebt noch immer als Mistvieh Tote ist Peiniger ist Steht drauf Hm Hm Aber, in Elektro ist aber auch immer Action so, ne Wenn man's überlegt Auf irgendein Server Auf Oder so Ich glaube in Zino mehr, glaub Nee, in Steam mehr Wer ist jetzt raus? Wirst du gleich sehen Green Achso Ja Aber der fliegt jetzt hier nicht auch raus Ja, natürlich Wenn sie da raus hat, dann fliegt er auch raus Ja, doch Renta mit uns mit Ja, jetzt bleibt das stehen Sollen wir nicht vielleicht kurz warten, was halt auch wirklich weg ist? Nein Verlassen wir den noch am anderen Dann machen wir hier ein Deathmatch Ja 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 Ich wurde irgendwie aufs TeamSpeak geworfen Ja, ich hab dich rausgekickt Alle halten Bubble hier Ich hab dich rausgekickt Ich glaube, dass du nicht rauskickst, ne Ja Boah, jetzt ist das so Wir stehen hier scheiße Es war ne Abstimmung Ja, weiter, weiter, weiter Lauf mal, lauf, 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 lauf Gegenüber in den Wald, da komm mal her Da haben wir einen guten Bei dem einen Baum, oder? Wald Das ist der Wald Wo ist denn dieses eine ungekippte Auto, wo wir letztes Mal reingegangen sind? Auto? Hm, das war so ein ungekipptes Auto, da haben wir uns dann zu viert hintergestellt Dann sind wir in die Stadt rein Das ist glaube ich da vorne jetzt, in rechts Findet deine sieben Dragon Balls Ich darf es nicht singen, das ist einfach zu originalgetreu Das war das erste Lied, gell? Wo es nur Dragon Ball hieß Ne, wo es nur Dragon Ball hieß Ne, ich kenne deine sieben Dragon Balls, wo nur Dragon Ball hieß Ah, jetzt bin ich wieder da Oh Oh Gut, gell Gut, gell Gut, gell Verbindung verloren bei TeamSpeak, aber DayZ bin ich noch drin, normalerweise ist es umgekehrt Schmeißen wir uns mal hier in den Wald rein Okay, zwei Pöschte da Ich schau mal, ich schau mal in die Stadt kurz Jetzt nicht lieber aufs Dach Was? Was ist Tommy? Nein Da hinten auf die Hochhäuser da schieben Geil, Sniper Ich schau jetzt erst mal aufs Dach drauf Ja, aber danach Weiß ich noch nicht Weiß nicht, glaube ich werde mich eben ein bisschen ausladen, weil ich jetzt gleich weg muss So dann Du musst auch immer weg, weil die Action abgeht Ja, was kann ich denn dafür jetzt? Mach doch mal eine Action am Wochenende Am Sonntag, ne? Ich sehe niemanden auf dem Dach Am Sonntag, ja Einfach eine Entschuldigung, dann habe ich frei Sonntag 16 Uhr, Action hier Weiß Bescheid Action Satisfaction Ja, das ist Dichchen Wie haben wir denn gesehen, Tommy? Ich habe nichts gesehen Braucht ihr noch irgendwas zu essen oder so weiter, dann gebe ich euch noch was Ja, ich Ja Dann komm noch mal zu mir zurück, so ne bisschen Dann kann ich noch was geben Nee, du kommst zu mir Wir machen das hier im Wald hier Ihr habt doch genügend Essen, du brauchst nicht schon wieder schnort Nee, ich nicht mehr Weil ihr jetzt alle in Berenzino noch sterben werdet, dann Hunger, oder? Was? Was sagt denn, dass ich sterbe? Ja, also dann Vergesst es Mätsch oder sieben Speedrunner? Das ist immer meine Dosenöffnung Das habe ich immer noch nicht gesehen Green, green, green Ja Warte, dann gebe ich dir das alles auf Wie läuft den Teils ins Inn? Keine Ahnung, ich renne einfach mal daher Ja Jetzt hier zum Wald Wir haben einen Bogen gemacht und komm jetzt Das ist ja fast der Todeswald Wo diese eine, wo die anderen waren Vielleicht brauche eher Essen nicht trinken, aber egal Ja Wer macht hier eine Pause? Weiter geht's Da liegt noch eine Paprika und Reis Mal geschaut Okay, danke Gehen wir rein hier, oder? Wo seid ihr jetzt weiter? Links Ja, wir gehen jetzt Du siehst uns Das Haus, ne? So Der Wachturm da, ja Ja Dann lock ich mich mal aus Oder wollen wir hier oben aus der Erfield Hm Ob da was los ist? Was ist das erfahren? Kann ich jetzt den Weg hoch, oder? Ja, jetzt ist noch ein anderer Erkannter Was ist das ein Zombie? Keine Ahnung, ich renne jetzt Hey, das ist ein Spieler, ein Yubi Guck mal hier, direkt vor uns Wo? Stand still Stop 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 Hallo Stop stop Hello my friend German Ne, hol den mal mit in den Wald dahinter Weil die ist so nah an der Stadt Hallo us Das kommt doch durch mich aus. I'm not German though. Zombie, Zombie. Hey Hanson, da ist gerade einer in den Wald gerannt. Das ist der Dominik oder? Das bin ich. Ne. Führ mich. Wo muss ich hin? Holt den mal da weg. Follow us, follow us. Da unten zu dir. Follow. Follow. Baller den gleich weg, wenn er nicht... Baller dich gleich weg. Lass den Nubi in Ruhe. Oh, der Wichser, der Wichser, der Wichser. Was denn? Fuck you, Alter. Was ist denn? Der hat immer nicht geknallt. Voll gegen den Kopf, Alter. Du hast ihn abgeknallt, oder? Ja, hoffe ich aber, ne? Der Brosse passt immer nicht auf. Du musst doch bei solchen aufpassen. Ja, Alter, wenn hier alle durcheinander... Okay, jetzt brauche ich ein Bild von dir, wie du auf den Nubi zielst. Ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Komm her. Bist du grau, oder was? Ja, keine Ahnung. Der hat mir ein paar Mal grad gegen den Kopf geknallt. Warte, warte, ich mach ein Foto. Wo ist der Nubi? Ah, da. Warte, muss dich ein bisschen anders hin drehen. So. Noch ein bisschen näher hin. Fast neben das Bayonet in den Arsch stecken. So, warte. Hey, wer schießt jetzt? So, warte, warte, warte. Ich muss von der anderen Seite hin. So. Schau mal zu mir, ja genau, genau. Schau noch zu mir, schau noch zu mir rüber. Nach links, nach links. Nein, du musst nach links schauen. Genau. Okay, ich hab's. Alter, ich weiß, wie ich die Folge nenne. Du bist voll der, du bist jetzt voll der Bastard. Was, Alter? Wie kannst du mir das... Wie hat dich gepuncht hat? Ja, ich auch. Nee, ich bin gerade weg gewesen. Ich dachte, er folgt uns. Ich hör nur noch... Kannst du mal hier das Hochhaus da abchecken? Ich hör nur noch, der Wichser, der Wichser, der Wichser. Dann sei auf einmal mitgeschossen. Ich hab mir schon gedacht, dass der Ben haut hier schon wieder einen aufs Maul, dem Typ. Ey, ich hier schön gerade am Muten, weißt du? Ich dachte, der geht jetzt da irgendwie mit euch mit oder so'n Scheiß. Und dann, ja, hast du das Ding da gegen den Kopf, ne? Ja, hoffentlich kommt der noch mal. Ich mutter euch mal im Spiel, ey. Geht's auch. Vor allem ist ja auch voll so, ne? Wenn jetzt hier fünf Leute stehen und der knallt dann auf einen los, dann, ne? Ey, wir waren die Ersten. Wir waren fast die Ersten auf dem Server. Ja, ja. Ja, ich bin dann mal weg. Ciao. Tschüss. Das wird schon zu fast. So, und jetzt, wo der Dom nicht weg ist, kann ich ja aufnehmen, nicht was. Ja, ich hab jetzt auch angefangen aufzugehen. Ein Dom immer rennt mit, mit und, äh, rennt 20 Minuten mit und dann lockt er sich auf. 20 Minuten? Oder mehr. Aber jedes Mal, ne? Fast immer ne Stunde. Ja, er muss halt morgen früh raus. Verstehe ich dann schon. Ich eigentlich auch, also... Du bist alt genug, du bleibst da wach. Mach nur ne halbe Stunde, dann loge ich mich aus. Außer wenn er extra ist. Jetzt sind wir ja schon wieder von der Scheißseite rein. Moment. Letztes Mal hast du dich hier besperrt, das ist die Scheißseite. Zum reingehen. Ja, stimmt schon. Warte mal. Warte mal. Sicher? Ja, wahrscheinlich nicht. Genau vor uns, aber, ne. War wohl Fehler. Die Bronze, du stehst hier sehr offen. Ja, warte, warte. Ja, ja. Da war mal der Nubi, ey. Pfff. Fahnsinnig. Dann klatscht ein Ben ein, ey. Hat auf die Schnauze gegeben. Voller Lappen, ey. Ihr hättet ein Bärnackelfeier draus machen müssen. Ja, eigentlich schon, naja. Keine Ahnung, oder was hättet ihr gemacht, ey? Aber, Moment mal. Äh, jetzt mal. Der war Richtung Airfield, ne? Das heißt, Airfield ist Action, der ist gestorben wahrscheinlich. Da und wollt sein Loot wiederholen, ne? Hm. Wart ihr denn jetzt hin? Der ist voll Richtung Airfield gelachscht, ne? Ja. Aha, Airfield ist ja eh meistens immer was los, ne? Wollen wir weiter spazieren, oder was? Ey, lass mal, wenn schon fünf Minuten, wir warten. Du hast ja auch keinen Ego-Shooter, wo... ... nur rumgeballert wird. Ja, ja, klar. Von Ben schon, hast du ja gesehen? Hm. Ja, was soll ich machen, Alter? Nein, ich mein, man trifft ja nicht jede Sekunde aufs Spiel, aber man muss halt bisschen warten. Wenn ich nochmal schön reindrück hier. Du hast recht. Ihr seid jetzt rechts hier, ne? Ich hätt ja, ich hätt ja eigentlich... Ich hätt ihn in meine Axt gezogen, ich hätt ihn gesculpt. Hier rechts. Äh, nächst rechts. Und Skype hättest du denn in dein... Wir sind voll vorm Hochhaus. Ja, da hinten seid ihr ja. Ja, und wo ist Wofanda? Ja, und hier leben beim Green hier. Komm mal mit rüber hier. Komm doch mal, kommt doch rüber. Wir sind eingeschlafen. Wo rüber? Wir sind jetzt rüber hier, so quer zum Tank. Richtung Hochhaus, Richtung Polizei. Außen? Jetzt hab ich dich auch verloren. Einfach nach rechts, rüber Richtung Hochhaus. Okay. Wer durch den Wald? Bring mal irgendwas. Sagt er bestimmt seinen Kollegen auf dem Airfield. Ja, dann bald hocken Leute und die Komponenten. Ja, wir können ja dann ein bisschen hier noch scouten oder so. Und dann... Ja, ja. Und dann mal da rüber latschen und gucken. Wie lange läuft man da rüber, von hier aus? Zehn Minuten. Zehn Minuten. Äh, kürzer. Kommt drauf an, wie läuft. Ja, das geht ja dann. Ja, so läuft wie ich dann, dauert 20 Minuten. Ops, sorry. Entschuldigung. Ich hab zwar gar nicht die mittlere Mos... Achso, ich bin aufs Touchback gekommen mit dem Daumen. Boah, diese Mosi-Schüsse, ne? Die machen einen verrückt, ey. Ja, ist echt so. Boah, und die sind auch so laut, ey. Ja, ja. Krass, ne? Boah, wenn die neben dir einschlagen, ist so richtig eklig. Ja, so klatsch, klatsch, ne? Ja. Das ist nicht zu schnell. Das muss einfach klatschen. Der Rager klatscht. Mhm. Das war kein Ballfall. So wie der eine Typ bei dir. Ähm, war die Tür vorhin schon offen? Ja, okay, das ist bei mir ein Bug. John Anubi wolltest auch nur klatschen lassen. Auf meinem Kanal, jetzt ist die Tür zu, jetzt ist sie offen. Okay. Ach. Was geht das schon wieder los hier? Puh. Ne, ich wollte es nur. Major bleibt vor zur Feuerwehr, äh, zur Polizei, oder? Ja. Guck mal, wie die Türen auf sind. Guck schon an. Ja. Ist auch. Sonst ist bei mir nur Lagerweite. Böh. Oh, hier rennt wieder ein Newbie. Genau vor uns. Ja, genau vor uns. Stop, 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 stop. Bring ihn mal mit. Ne, das ist wieder der gleiche. Chasen wir ihn, chasen wir ihn. Lass ihn laufen, lass ihn laufen. Lass ihn laufen, wir verfolgen ihn. German? Ist das gleiche? Der will schon wieder boxen. Follow me. You will die. Hallo. Hallo. Komm hier, komm hier. Der selbe, ne? Hallo. Warum du uns attackst? Warum du uns attackst? Äh, Nö, 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 Nö. Geil. Sag mal wohin er will. Warte mal. Geht mal nicht vor mich. Geht mal nicht vor mich. Wir lassen ihn in Ruhe. Hast du ihn jetzt abgeschossen? Nein. Wir lassen ihn in Ruhe, Mann. Warnung. Warnung für dich, mein Freund. Now we will follow you. You will go to the airfield, we will follow you. Escort. Escort Army. Escort Army. Warnung für dich, mein Freund da oben ist. Er sagt er ja komm ich bring hier ein paar mit, erschieß die. Los Escort. Stopp. Wait, wait, wait. Nein nein nein, bleib. Chaste ihn einfach. Ich will ihm fragen, ob der was los ist. Er braucht ja nicht waiten, er kann ja dabei reden. Er kann sich dann auch beim laufen reden. Ja, aber ist... We are the German guys and we will follow you to death. Dann gehen wir zum Airfield. Aber andersrum, nicht diesen Weg. Das hier Action ist, ist klar. Nur wo ist halt die Frage, ne? Nicht diesen Weg. Was für eine Sprache denn gesprochen? Komm, wir machen einen Bogen, ne? Wir machen einen Bogen, und dann gucken wir mal. Er hat Englisch gesprochen, aber hat sich irgendwie so irakisch oder gar nichts angehört. Irakisch, gar nichts. Der schaut uns zu, der beobachtet uns. Ben, du darfst jetzt nochmal. Ja, ich mach das. Ne, ich darf auch. Wo ist er? Oh, nicht reinlaufen. Ist er das da hinten? Ich sehe ihn gar nicht. Für die Freiheit. Habt ihr ihn schon? Ne, der bewegt sich ziemlich schnell. Ah, da hinten. Den krieg ich, was auch. Den krieg ich? Egal, lass ihn doch laufen. Ja, komm. Aber... Aber nicht, dass er unsere Position dann im Auge behält, und dass er es weiter sagt, ne? Das kackt doch immer nicht in die Hose. Wir gehen jetzt einfach an den Strand hin und fertig. Und dann laufen wir erst hin. Ja, gut. Ja, wir gehen jetzt über den Strand dann locker hin. Ja, zum Schiff und dann erst links rein. Kein Ding hier. Ja. Wär natürlich cool, wenn er so ordentlich Action geht, ne? Ich denk aber auf dem Airfield ist alles besetzt, ne? Sniperblatt und so. Ja. Wir können uns halt anschleichen. Ja, wenn er da gestorben ist, auf jeden Fall. Ja, wir können mal von hinten kommen, ne? Von Svetlojask. Ja, stimmt. Mhm. Gute Idee, ja. So von da oben, ne? Mhm. Zombie! Yeah. Ich glaub aber mal keiner von uns hat den getroffen, ey. Ich hab auch nur zweimal geschossen. Nur zweimal geschossen, aber ich hab nicht geschossen. Ja. Kommt er wieder, ey. Und zieht sich erst mal aus. Was ist bei dem los? Kaputt, ey, Junge, ne? Wollte ihn doch nur eskortieren. Vielleicht ist wieder einer auf dem Schiff, der mal abschießen kann. Wieso wieder? Da warst du gar nicht dabei. Habt ihr denn hier getroffen, oder? Ja. Nur einer. Ja, einer. Da sind die alle gestorben. Aber ich hab auch zwei mitgenommen. Schau mal kurz aufs Schiff. Also die Gruppe war ja nicht ohne alles. Die haben auch Leute verloren. Das ist ja nix. So wenn, dann reißen wir mal mindestens zwei mit. Den Arsch auf. Ja, wir haben schon schlechteres gesehen, ne? Obwohl, wie gesagt. Seh ich alle zwei Tage schlechteres. Ja, bei den letzten Tagen. Wir sind halt nicht in den letzten Aufnahmen voll gut. Wir haben so viele Spieler schon geholt, ey. Alleine in Merenzino, glaub ich, 10 bis 12 oder so. Das war richtig geil. Muss ich mir nochmal anschauen dann. Jaja. Schau ich mir dann selber nochmal an sogar. Ja, ich muss das ja zwangsweise so immer nochmal angucken, weil ich das ja alles noch schneiden muss. Da hab ich vier Spieler. Drango 6, Tommy nochmal 3 oder 4. Alter Rambo, ey. Ja, richtig, ja. War lustig. Das war ja bis jetzt die coolste Action überhaupt. Im Merenzino, dass wir da alle fast rausgekommen sind. Jaja. Bis auf natürlich der Thorsten. Aber das ist ja schon fast Standard. Ja, kann da nicht jeder schaffen, ne? Das gehört ja fast schon dazu. Aber beim Schluss ist auch nichts. In Zukunft würden wir nur mit der Sporta spielen. Wieso das denn? Im M4 kriegst du nicht geschissen oder? Im M4 kriegst du nicht geschissen oder? Im M4 kriegst du nicht geschissen. Im M4 kriegst du nicht geschissen. Das war ne Arsorge. Im M4 kriegst du nicht. Alter, bei mir leckt's. Na, du bist doch schon gar nicht mehr hinter uns. Na doch, da ganz ganz hinten. Wir sind zu fünft, ne? Ja, bei mir hat's jetzt extrem geleckt. Straße. Yeah. Bei mir leckst du auch immer irgendwie, wenn ich A mal vorher gespielt hab. Mach ich nochmal hier einen Cut. Das ist ja langweilig, wenn wir hier mal umgratschen. Das ist ja langweilig, wenn wir hier mal umgratschen.